Hi, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute sollte eigentlich ein anderes Video kommen und zwar das Video zur MP5 auf Gold. Ich habe mich heute aber anders entschieden und zwar das hat folgenden Grund. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video zu Need for Speed gedroppt, was heißt geil Need for Speed mit Lenkrad. Und unter diesem Video wird mir immer wieder die gleiche Frage gestellt und ich bin mir sicher, diese Frage betrifft nicht nur die, die mich das schon gefragt haben, sondern es sind bestimmt auch noch andere da draußen, die das interessiert. Und zwar, wie zockt man Need for Speed mit Lenkrad und auf genau diese Frage will ich euch heute mit diesem Video antworten. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst mich das mit einem Like oder mit einem Kommentar unter diesem Video wissen. Würde mich echt extrem freuen und ansonsten vergesst natürlich auch nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt und nichts mehr von meinem Kanal verpassen wollt, ihn kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So, aber jetzt erkläre ich es euch. So, Schritt 1 ist bei der ganzen Sache extremst wichtig und auch eine große Geldsache, weil ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, du ich habe das und das Lenkrad, wie geht denn das? Ich habe zum Beispiel gestern einen Zuschauer gehabt, der hat mich gefragt, wie geht das? Hatte in dem Fall aber ein Lenkrad, was Need for Speed 0 unterstützt. Also da ganz, ganz wichtig hier, ich habe euch eine Seite schon aufgemacht und ich werde euch die auch unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr das auch immer abrufen könnt. Aber wie gesagt, hier sind alle Lenkräder, die Need for Speed überhaupt unterstützt. Das sind zum Beispiel nur zwei Logitech Lenkräder und vier von Trustmaster. Ich zum Beispiel bin ja PS4 Zocker, ich zocke Need for Speed auf der PS4 und ich habe das Logitech G29 und es unterstützt die PS4 und den PC und so ist es bei jedem Lenkrad. Entweder unterstützt es die PS4 und den PC oder die Xbox und den PC und es gibt auch noch Lenkräder, das ist aber nur bei Fanatec der Fall, die PS4, PC und die Xbox unterstützen. Und wie gesagt, das ist extremst wichtig, dass ihr eins von diesen Lenkrädern hier habt. Fanatec ist jetzt das Preisintensivste von denen hier, würde ich mal behaupten. Oder gucken wir mal ganz kurz, was das für eins ist. Ich gebe es mal ganz kurz ein. Ups, Moment. Ja, das muss ganz kurz weg. Das habe ich auch so sehr mitkopiert. Okay, das ist hier nicht mal aufgef... Okay. LOL. Ach, das ist das hier, CSL Elite. Gut. Also, ein sehr, sehr teures auf jeden Fall, würde ich euch jetzt als Anfänger von Lenkrädern nicht empfehlen. Ich persönlich bin groß überzeugt vom Logitech G29, weil das ist schon wirklich High Class von Normallenkrädern. Das T300 ist aber auch geil, also Trustmaster kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr ein Fan davon seid, das Lenkrad abnehmen zu können und da was eigenes drauf zu basteln. Weil da gibt es zum Beispiel von Trustmaster so einen Formel 1 Adapter. Aber wie gesagt, das ist das aller, 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 aller wichtigste, dass ihr da eins von diesen Lenkrädern habt. Wenn ihr Need for Speed mit einem Lenkrad zocken wollt, dann der nächste Step ist, also ganz kurz, Fanatec kann ich euch nicht erklären, da habe ich keine Ahnung von. Aber bei Logitech zum Beispiel braucht ihr die Logitech Gaming Software. Die müsst ihr euch installieren und dann, ich mache es mal bei mir kurz auf. Ich habe jetzt das Logitech Lenkrad nicht angestöpselt, ansonsten würde ich hier, glaube ich, einen Pfeil aufdroppen. Oder ihr müsst euch auf jeden Fall vergewissern, wenn ihr die Software runtergeladen habt, dass die Gaming Software auch das Lenkrad erkennt. Das ist schon mal die erste Miete. Dann die zweite Miete ist folgende. Und zwar die Lenkräder haben alle, je nachdem, ob sie halt, ich vermute mal, das ist bei denen, die Xbox unterstützen, genauso. Und zwar haben die so einen Schalter. Also bei den PS4 Lenkrädern auf jeden Fall. Die haben einen Schalter, der umstellt zwischen PS4 und PS3. Und dann müsst ihr auf PS3 umschalten. Fragt mich nicht warum, es ist einfach so. Wenn ihr die Gaming Software habt und die das Lenkrad erkennt, plus auf PS3 umgeschaltet habt, könnt ihr eigentlich das Lenkrad anstöpseln. Also ihr habt es ja schon angeschaltet und loszocken. Bei Trustmaster ist es wohl genauso. Da braucht ihr eine Gaming Software. Ich weiß aber nicht, weil ich habe dazu jetzt leider nichts gefunden und ich habe auch kein Trustmaster Lenkrad. Ob es dafür eine allgemeine Gaming Software von Trustmaster gibt oder ob das Software sind speziell für das Lenkrad. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es eine Gaming Software ist, die ich jetzt aber nicht gefunden habe. Und wie gesagt, zum Funatec kann ich euch nicht viel sagen, weil ich kenne Funatec noch nicht. Ich meine gut, ich kenne Funatec schon, aber ich hatte noch nie einen Funatec in der Hand. Zu Logitech, wie gesagt, Schritt 1, ganz ganz wichtig. Eins von den Lenkrädern haben. Ansonsten macht ihr euch dann Wolf und ja, ihr wisst was ich meine. Dann die Gaming Software haben und auf PS3 umstöpseln, wie es wie gesagt bei den Xbox-Dingern ist, kann ich nicht genau sagen. Da bin ich nur der festen Überzeugung davon, dass ihr wahrscheinlich, mal ganz blöd gesagt, zwischen Xbox und PC umschalten könnt. Ja, bei PS4 Lenkrädern ist es wie gesagt das Umschalten von PS4 auf PS3, fragt mich nicht warum. Mehr muss man dazu glaube ich gar nicht sagen. Wie gesagt, diese Seite werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Die Gaming Software auch. Ich habe wahrscheinlich auch die neueste. Sieht gut aus. Ja, wobei es heißt hier jetzt herunterladen. Also ich habe wahrscheinlich nicht die neueste, aber meine reicht auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe ich konnte euch mit diesem kleinen, aber feinen Info-Video helfen mit dem kleinen Tutorial. Was heißt Tutorial? Ich habe euch ja nur erklärt, wie es geht. Jo, also wie gesagt, nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Jetzt zum dritten Mal das richtige Lenkrad haben, die Gaming Software haben und in PS4 Lenkrädern von PS4 auf PS3 umschalten und schon geht's. Mehr müsst ihr nicht machen. Und ja, damit würde ich mich auch schon vor diesem Video verabschieden. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim Stream heute Abend. Und das MP5-Video kommt dann morgen. Ja, ich entschuldige mich bei allen, die sich jetzt heute auf das MP5-Video gefreut haben. Ja, aber das lag mir jetzt doch sehr, sehr am Herzen. Das endlich für all diejenigen, denen das so auf der Seele brennt. Wie kann ich mein Lenkrad dafür nutzen? Also das am besten abchecken. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Halt die Augen steif. Lasst's krachen. Ciao.